Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Star Wars Episode 1 hier, die Power Battles. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und haben Level 2 auf Naboo fertig gemacht. Und jetzt sind wir hier mittlerweile in der Stadt Thet angekommen. Und genau, wir müssen jetzt hier zum Palast gelangen. Und wir sollen sieben Handmaidens, weiß ich gerade nicht, was das ist, aber auf jeden Fall von den Droiden der Föderation retten. Und wartet mal gerade. So, genau. Und ich habe noch was rausgefunden. Nein, 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 das nicht. So, wir sollen irgendwelche... So. Man kann doch irgendwie hier... Boah, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es, Leute. Ähm, zack. Schaut mal, wir können Macht benutzen. Boah, was hat der denn da für eine Knarre? Schaut mal hier, wir können einfach so Macht benutzen. Gut, dass ich das jetzt auch mal weiß. So, und... Boah, wow. Was für ein Raketenwerfer, der da hat, ey. Boah, Leute. Äh. Äh. Blöde Raketenwerfer-Droide, ey. Boah. Ja, der hat noch keine... Aber es gibt hier so einen Machtangriff tatsächlich. Und, äh, da ist eine Heilung. So fängt das doch gut an, wenn man mal direkt hier so ein... Direkt hier so ein... Zack. Genau. Direkt so einen Machtangriff hier sieht. Ja, komm dann. Ja, komm. Zack. So, perfekt. Und hier. Zack. Da kommen Droide. Und weg mit dir. So, geil. Okay. Und ja. Die Stadt Tate, okay. So, was willst du jetzt hier? Ach, du bist doch direkt kaputt. Genau, und, äh, tatsächlich. Also, wir können hier tatsächlich einen Machtangriff machen. So, zack. Und dann, äh. Äh. So, wir haben wieder Macht. Und dann mach den mal. Zack. Ach, verdammt. So, und, äh. Moment. Äh, geht das vielleicht auch so? Ne, auf, äh, X macht er keinen Angriff. Auf, auf Viereck auch nicht. Aber, aber auf Dreieck. Okay. Interessant. Und es gibt hier anscheinend auch, äh, Viereck, Viereck und Dreieck. Irgendwie so, ne? Na gut. Na gut, egal. Ne, ey. Ey, ey, du Penner-Droide. So, weg mit dir. So. Oh, die Mucklige ist geil. So, und weg mit dir. So, und ihr. So. Gut. Und. Ah, die sind danach ein bisschen benommen, die Droiden, ne? Ey. So. Die Droiden sind danach ein bisschen benommen, immer. So, und weg mit dir. So, Leute, das ist doch mal eine richtig coole, oh. Eine richtig coole Mucke hier, ey. So. Wir haben ein extra langes Lichtschwert. Oh, wo muss ich denn überhaupt hin? Muss ich echt hier runter? Oh, tatsächlich. Äh, wo denn? Ah, da ist eine, eine Frau. Okay, ich verstehe schon, Leute. Äh, gut. Ähm. Ja, dann, äh. Oh, das Schwert ist aber schön lang, ey. Oh Gott, das sieht aus, das sieht komisch aus. Naja. So. Und hier. Komm, so. Und hier. Und hier, du bist so. Genau. Und hier so. Na komm. Na komm. So. Okay. Ist hier noch jemand? Da ist noch ein Droide. Äh. Na komm. So. Ey. So. Okay. Hallo. Junge Frau. Danke, dass du mich rettest. Ja. Sehr gerne. Wovor läufst du hin? Läufst aus dem Bild, ne? Oder was? Ja. Eine. Okay. Cool. Oh, hier. Oh, du Scheiße. Hier schon weiter, ey. So, dann geh die alle mal weg, bitte. Dieser Machtangriff ist cool, Leute. Gut, dass ich den jetzt auch mal kenne. So. Äh. So. Und zack. Aber da will ich noch nicht hin. Ich möchte erstmal nochmal gucken, was hier hinten ist. Ob hier hinten noch ein Secret oder so. Da ist bestimmt ein Secret, Leute. Oder? Oder auch nicht. Schade. Doch. Habt ihr es gesehen? Da war ein 1000-Punkte-Ding. Bei dem Spiel müssen wir echt aufpassen wegen Secrets, Leute. Ja, da könnte ich es hoch. Ja, dann mach den halt platt. Tschüss. So, liebe Leute. Dann haben wir hier eine Granate. Dann haben wir hier. Und hier. Zack. Nein, um Gottes Willen. Hau ab. So. Perfekt. Ich hab keine Macht mehr. Ja, so schnell kann das natürlich auch gehen. So. Und hier. Zack, zack. So. Perfekt. Wo denn? Oh, help. Help, help, help. Äh, Leute. Ach, da oben, oder was? Na, komm schon. Ich hab doch eben einen nach Hilfe schreien hören hier. Ah, hier. Okay. Zack, okay. Zack. So. Nehmt dir. Hallo. Gerne doch. Ach, du Scheiße. Äh. Pfff. Ich hab jetzt leider keinen Machtstoß. Äh. Okay. So. Äh. So. Möge die Macht mit uns sein hier. Äh. Was ist mit dem los? Der macht ja gar nichts. Pfff. Na, auch nicht schlecht. So, wir haben zwei gerettet. Da unten ist sie. Ist das Macht? Nein. Okay. So, das ist ein geiles Level hier, ey. Geiles Level Design. So. Und zack, zack. Und hier. Und hier ist schön stylisch immer alles machen hier. So. Ja, ist ja gut. Ich komm gleich. Ich hab hier noch Droiden zu bekämpfen. Hahaha. So. Muss ich sagen. Gehen wir einfach mal weiter hier. Äh. Ey. Jetzt hör doch mal auf, Mensch. So. Hört ihr mal auf. So. So. Ja, dann. Ah. Verdammt nochmal. So. Ach, da hinten ist sie. Ah, wieder so ein Raketenwärfertyp. Ach, scheiße. Aber cool. Der ist schon abgekratzt. Sehr schön. So. Hier, Boss. Oder was auch immer. Möchte gern Boss. So. Hi. Ja. Gerne doch. Das sind irgendwelche Markten oder so, ne? Mägde. Ja, genau. So, drei Stück. Wie viel war das? Äh. Keine Ahnung. Hier, das ist, glaube ich, ein Checkpoint, Leute. Das ist, glaube ich, ein Checkpoint gewesen. So. Was haben wir hier? Nichts. Och, Mann, Leute. Oh, das ist einer meiner Lieblings-Soundtracks. Hört mal. Du, 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 du. Och, dieser Sound, vielleicht den liebe ich einfach, wenn die da mit ihren Panzern angefahren kommen. Was zur Hölle ist denn da oben? Was zur... Was machen die denn da? Die schweben in der Luft, oder was? Die schweben einfach in der... Ah. Was ist denn da oben? Aha, die schweben in der Luft. Ah, da komme ich hin. Ah, okay. Ja, geil. Du, 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 du. Mein Lieblings-Soundtrack von Star Wars. Einer meiner Lieblings-Soundtracks. So, dann... Na, komme ich da überhaupt hin? Wartet mal. Ich glaube nicht hin, oder? Moment mal. Aber ich bin eh gleich tot, also von daher, äh... Wow. Ich glaube, man kommt da nicht... Kommt man da überhaupt hin? Das wäre cool, wenn ich da hinkommen würde, weil ich würde die ganz gerne hier platt machen, aber da... Da ist eine unsichtbare Wand, also geht das nicht. Das ist jedenfalls schon mal eine Heilung. Ach, ich liebe diese Musik, Leute. Ach, ich liebe diesen Soundtrack. Die haben die originale Musik... Ach, du Scheiße! Druidikars! Oh Gott. Ja, dann, äh... Keine Ahnung. Versucht hier einfach platt zu machen. Wow. Da sind Druidikars! Oh mein Gott. So. Die muss man, glaube ich, einfach mit den Schüssen hier platt machen. So. Und dann macht die platt, ey. Komm. Die haben gerade kein Schild. Die haben gerade doch kein Schild, Mann. Oh, 300. Okay. Gut. Ja, ich komme. Ich komme, junge Dame. Ähm. Da ist noch ein Druidika irgendwo. Wo ist der? Ach, du Scheiße! Da sind wieder zwei Stück. Ja, Druidikars, Leute. Ja, kommt. Nee, dann. Dann lasst die Dinger. Wo ist die Dame? Das sind wieder normale Droiden? So. Zack, 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 alle weg. So. Wieder keine Musik? Ja, komm dann. Du kannst es nicht mit mir je die Ritter aufnehmen, blöder Droide. Da ist ein Checkpoint. Ach, dieser Soundtrick, ey. Das passte so gerade. Geil, ey. Ach so. Ich muss noch mit dir sprechen. Ja, dann komm mal her, junge Dame. Gerne. Gerne doch. Dann hau ab. Kleine Padme. Stimmt, ne? Das sind so kleine Padmes. So, dann. Boss? Oder was ist jetzt hier los? Ach, diese Musik, die passt so zu den Panzern da, ey. Ja, gut. Kann ich auf dem... Ich kann den kapern? Oh mein Gott. Ist nicht euer Ernst. Wie geil, ich kann Panzer kapern. Kann ich jetzt hier irgendwie wieder raus? Ich hab auf jeden Fall Angriffe hier. Äh. Geil. Ich kann Panzer kapern. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, Leute? Hallo, ihr Adroitikas. Sie hat keine Chance gegen mich, ey. Keine Chance mehr. Boom. Boom. Ha. Geil, Leute. Oh, ich hab einen Panzer gekapert. Oh mein Gott. Wie geil. Sprich das an. So, dann... Dann machen wir hier die kaputt. So, zack. Aber kann ich hier irgendwie wieder raus? Ich will doch hier irgendwie wieder raus. Ah. Okay. Cool. Gut. Dann gehen wir hier hoch. Ja, komm dann. Schieß ihn ab. Los. Sehr schön. Wo ist die Dame? Da ist sie. Ah. So. Du tust ihr der Dame bitte nichts an, ja? So, fünf Stück haben wir. Ich wusste das hier. Oh, was war ich? Ich wusste es einfach. Ich würde aber gerne auch nochmal zurück, wenn ich darf. Ich weiß jetzt, wo der Panzer steht. Ja, wartet mal. Ich muss mal gerade gucken, ob ich überhaupt ein Mikro anhab. Ja, ich hatte es an. So, vielleicht ist ja hier drin noch irgendwas. Ja, da komm ich nicht hin. Da komm ich nicht hin. Was ist hier? Da komm ich nicht hin. 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 Aber da hinten ist Macht. Das kann ich doch gebrauchen. So. Du, 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 du. Ach ja. Schön hier durch die Star Wars Welt stapfen. Der Panzer ist hoffentlich noch da, ja voll. Der ist noch da. Den kann ich dann also weiterhin kapern. Aber. Wartet mal. Na ja doch, dann muss ich den kapern. Dann steigt wieder ein. Nein, das wollte ich gar nicht. Was ist das denn da? Hä, was zur. Ach. Schau mal da. Man kann sich hier so ein Ziel aussuchen. Okay. Interessant. Gut. Ähm. Wie geht man jetzt nochmal hier rein? Ich will hier rein. Äh. Ich will hier rein. Nein. Ah, perfekt. Okay, mit Kreis. Okay, ich verstehe schon. Ah, man kann auch schneller machen. Ach, cool. So, liebe Leute. Dann geht's mal weiter hier mit dem Panzer. So. Kann man die Kap platt fahren? Nein, leider nicht. Okay, dann. Dann. Mach die so kaputt hier. Schöne Droiden, ey. Nix da, Leute. Oh. Den muss ich kaputt machen, glaube ich. Dann mach den mal im Arsch. Du sollst den im Arsch machen, ey. So. Cool. Geht die A-Style hier. Auch nicht schlecht. Oha. Das ist aber ganz schön verwirrend hier gerade. Wo soll ich denn überhaupt hin hier? So, auf jeden Fall hier. Droiden. Wie kannst du's wagen, dich zu widersetzen? So, liebe Leute. Dann. Oha. Ach, du Heilige. Ach, du Scheiße. Äh. Mach den mal im Arsch da. So. Ey. Du sollst den im Arsch machen, wartet mal. Du entkommst mir nicht hier. Du entkommst mir nicht. Fast zur Hölle. Ey. Der da hinten. Du Sack hier, ey. Du Sack. So. Alles klar, Leute. Dann haben wir hier Droiden. Fast zur... Ah, Droidikas. Ja, toll. Geil. Okay. Na hier, so. Zack. Genau. Ach, das ist geil, mit diesem Ding hier rumzufahren. Ey. Das macht richtig Spaß. Wutz. Wutz. Ja, toll. Und hier, Wutz. Uiuiui. Das ist... Ach. So. Ach, okay. Oh mein Gott. Ach, du Heilige. Das sind aber ganz schön viele jetzt hier. Aber nicht schlimm. Ja, zack, zack, zack. Ey. Zack, zack, zack. Hat natürlich keine Muni mehr, doch. Ich muss schon sagen, ey. So, hier. Auf Kreis ist das genau. So, zack. Ist auch eine Granate da oben? Oh, alter Schwede. So, zack. Äh, zack. So, Leute. Hier geht's weiter. Jetzt komm ich mir fast vor wie bei Battlefield, ey. So. Oh. Oh, schaut mal da. Cool. Okay. Interessant. So, dann steigen wir wieder ein. Cool. Ich kann hier mit, äh... Mit den R-Tasten kann ich hier, äh... Links das kontrollieren. So. So, dann... Ach, verdammt. Geh da mal wieder rein. Äh. So. Musik ist wieder weg. So, Leute. Dann. Dann hier. Genau. So. Und jetzt, zack. Und zack. So. Noch mehr Drohier die Kurs. Oh mein Gott. Äh. So, dann. Ihr macht das schon. So. Du machst das schon, Panzerchen. Genau. So. Und dann war hier, äh... Hier war rausgehen. Genau. Und, äh... Hier war wieder rein. Genau. Ey, das ist so geil. Das ist geil gemacht. Dass man jetzt hier mit so einem Panzerjahre durch die Gegend fahren kann. So. So. Ich hab... Ich fahre gerade wieder zurück, oder? Die Macht. Brauche ich die? Ja, komm, nimm die mal mit. Dann nimm die mal mit. Und dann gehen wir wieder hier rein. So. Dann haben wir, glaub ich, alles, ne? Du, 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 du. Genau. So. Dann bin ich mal gespannt, wo es hier weitergeht. Wir haben, glaub ich, hier alle Gegner... Uh. Was war das? Ein extra Leben, oder so, ne? Wir haben, glaub ich, hier alles platt gemacht, oder? Moment. Und so, und dann da noch. So, dann macht hier noch Platz diese Roboter da. Und dann... Roboter. Droiden heißt das. Ja, und dann hier, zack. Und zack. Perfekt. Leute. Ach, das macht schon Spaß. Das macht echt Bock, muss ich sagen, ey. So. Das hört sich an, wie so Granaten, die auf den Boden fallen, ey. Kann man hier nirgends wohin? Das wäre jetzt langsam aber echt ein bisschen verwirrend, Leute. Uff. Jetzt bin ich wieder zurück, ne? Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich weiter auf die andere Seite. So ist langsam, so ist schnell, okay. Du, 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 du. So. Wo geht's denn hier weiter, Leute? Muss ich jetzt hier tatsächlich aussteigen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hier war ich doch, glaub ich, noch nicht, oder? Wartet mal. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Öff. Das verstehe ich jetzt nicht. Wo muss ich denn hin? Moment. Äh. Geh mal wieder zurück. Wo muss ich denn hin? Shit, ich bin ja gerade voll verwirrt, ey. Vielleicht hier, hä? Ah. Okay. Gut. Jetzt reden wir mal weiter hier. Naja, ich komm gleich. So. So. Ey. Ey, komm da. Geh mal weg. Blödes Druidisch. Blöder Druide. So. So. So, dann. Und jetzt, zack. Ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Nix da, Kollege. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Pender Druid. So. Ey. Ey, ey. 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 heilige dass wir so viele hier und macht stoß kommen und da habe ich so was eingesammelt so kann sich da oben aber nicht festhalten du kannst hier hoch sehr schön ach geil geil möchte gern nachkämpfer hier so weg mit dem ist der tot nein natürlich nicht natürlich nicht so jetzt aber aber jetzt bin ich gleich tot weil ich bei dem endbus der hier mit sicherheit noch kommen wird ja der da oben ist schon mal weg hoffentlich nein so nicht noch mal so jetzt aber ja klar verteidigt er alles der sack so die heilung dahinten die brauche ich bitte so aber da ist noch da ist noch an punkte irgendwas weiß noch genau so geht mir ganz schön auf die nerven ey so gut weg mit dem so wir haben sechs stück gerettet sechs mädchen hier gerettet und dann hoffe ich mal dass wir hier alle weg hier so haben wir doch wieder einen geilen bonus gefunden hier ach ein boss scheiße da ist schon ein boss oh mein gott oh man was ist das denn für ein teil was ist das denn und droide und noch ein droide die objektiv fehlt ich habe kein safeset gemacht leute das kann doch nicht äh was zur warum muss ich das jetzt noch mal machen das verstehe ich jetzt nicht leute äh das verstehe ich jetzt echt nicht sorry was soll denn das jetzt wie was ist das äh wollt ihr mich verkackern wie objective fehlt was muss man denn da genau machen das kann doch nicht wahr sein warum objective fehlt moment da muss ich aber dann vor der nächsten folge noch mal gucken irgendwie merkwürdig komisch ja das ding lebt immer noch das muss ich alles noch mal machen äh ich hätte speichern sollen ey man so jetzt bin ich aber langsam echt wütend hier gut ich mache diese folge mal 30 minuten lang so so und dann schön schnell schneller hier so und hier macht stoß und hier zack 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 so so eine verarsche was soll denn das so äh so äh dann so 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 was soll denn das objective fehlt was zur Hölle ich hab doch alle gerettet hier so was zur Hölle so 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 ja ja ist gut ich weiß was äh aber wer hat denn äh Mann ey so äh äh so äh hey du aber auch da ne so langes Lichtschwert bitteschön so dann lauf mal raus hier so ey läst du die Frau in Ruhe so 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 was muss ich jetzt noch machen wie viele muss ich denn retten so hier kam ja irgendwo gleich der der Panzer schon oder ach ne das war noch eine andere Stelle ah da war dieser tausend Punkte Bonus gut Leute ähm speicher mal so das war ja übel gerade äh äh so weg so dann und dann hier zack und zack und zack und hier so alles klar Leute gut äh und jetzt zack wow so ähm ach verdammt nochmal so mach die alle im Arsch der kann doch schon nicht mehr da oben so na genau der hat doch schon die Batterie leer so und hier ey ey du Pinner na wartet mal wartet mal genau guck mal hier guck mal hier Leute ah und hier zack 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 ja so macht man das man muss die einlocken so dann ah man darf dabei nicht springen okay ich verstehe schon ja so dann hier zack 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 so ja dann komm dann junge Dame dann gerne okay dann so dann so dann so dann hier und zack genau so macht man das Leute schön ausweichen den Dingern hier so so dann haben wir jetzt hier die zwei so dann hey so und dann 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 zack so genau super lichtschwert der mit der bazooka oh man Leute der mit der bazooka das ist so ein übler Typ oh Leute dann spring direkt ich kann doch nicht hier raus ich komm doch nicht hier raus ja toll scheiße man ein Tod eh so äh gut dann so 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 und mach doch mal hier droidenpack so alles klar dann dann hier dann hier hier dann dann hier zack den anvisieren dann hier den anvisieren äh man man jetzt mach doch mal äh mach doch mal so ja das mit dem anvisieren ist glaube ich nix ja doch da kann man dich schön hier anvisieren das ist glaube ich ne ganz gute Sache schon doch 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 so dieses anvisieren ist schon geil so bitteschön ach du heilige ähm ja so aber wieso war da eben objective fail das verstehe ich nicht ich war doch ehrlicherweise durch so das verstanden das habe ich nicht verstanden ehrlich zu sein so das habe ich wieder eine macht bekommen hier so zack so und dann hier auch wieder das sind so viele hier ne das sind so viele hier so dann und dann den nächsten einlocken genau und dann den nächsten einlocken hier so ja dann schieß boah genau so da ist der bazooka typ der bazooka typ hier ja genau natürlich ach mann dieser blöde dieser blöde bazooka typ hier so alles klar Leute so dann machst du jetzt mal bitte hier diesen droiden platt so dann zack so hallo bitteschön so dann lauf mal raus hier ist doch ein checkpoint man so hier geht die musik wieder weg so dann so so dann hier zack boah ja die die kriege ich irgendwie nicht weg da oben ne ach da sind die droidikas verdammt nochmal so ja ich bin eh tot pf scheiße hä wartet mal ich hab doch hä ihr habt doch da hinten gespeichert gehabt ach ihr wollt mich doch verkack eiern ihr wollt mich doch alle verkack eiern hier verdammt nochmal ihr wollt mich doch echt verkack eiern hier das ist doch nicht wahr ich hab doch da hinten gespeichert wartet mal das kann doch nicht sein tatsächlich ey ich hab da nicht gespeichert oh man oh man so ach die scheiße weg so so dann nein ach verdammt nochmal sie treffen aber auch immer so viel ne so das macht aber schon Spaß muss ich sagen äh 31 Minuten ja kommt ist in Ordnung ich hab bis jetzt noch keine XXL Star Wars Folge gemacht hier so 35 Minuten draus hier so zack so und hier ach du so weg so blödes Pack so so ja komm dann gerne aber jetzt kommen hier vier Stück vier Stück ey so so wieso kam da eben Objective Fade ich versteh das nicht mach ihn platt so jetzt bin ich schon wieder ja gut okay aber ich hab jetzt bin zumindest voll geheilt das ist doch schon mal gut so äh gut dann so zu viele Gegner ey das kann doch nicht wahr sein dass sie hier auch alles abblocken und dann zack so okay meine Güte ey 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 cool dankeschön so dann ey ah aufpassen wegen der war Dame da so gerne so dann lauf mal weg so jetzt hab ich doch hier gespeichert man F1 so jetzt funktioniert das okay sehr schön jetzt funktioniert das okay sehr schön du 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 so und dann schießt so okay hier muss ich da ach du scheiße ja gut ja gut so gut wie tot ich bin doch ebenso weit gekommen ey äh ähm gut äh so meine Güte wie viel wollt ihr mir eigentlich noch abziehen du 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 aber ja dann kommen dann du 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 ne die wehren alles ab So, komm, mach den Druidica platt hier Komm, den kriegst du schon Och, Leute Geh doch mal sterben Was hältst du viel aus, ey So, ist das, bräuchte man hier eine Heilung oder so? Ja, sehr schön Ja, da muss ich gleich leider Schluss machen Leute, da muss ich gleich leider Schluss machen Weil, ja Wir haben quasi das Levelende schon gesehen Aber es ist halt Irgendwas habe ich hier noch verpasst oder so So, dann Schmeiß doch die Granate So Die bringen nix Nicht eiern's, Leute Die bringen nix Ja gut, dann Ach, verdammt nochmal So, schieß deinen eigenen ab Ey So So Verdammt Wie soll ich denn hier gegen zwei Druidicas noch kämpfen? Ich will mich einfach abhauen Gut, Leute Da wir schon bei Windows 35 sind Würde ich mal sagen Wenn euch die Folge gefallen hat Dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Apo da Und das die Glocke läuten Würde mich sehr freuen Und ja Dann würde ich sagen Würde ich euch noch einen schönen Abend Einen schönen Tag Tschüss Tschüss